Ich bin für die Mannheimer HC, meine Damen und Herren, die Mannheimer HC, die gehen jetzt spielen in die halbe Finale des EAS, hier in Eindhoven, hier in Holland, sehr, sehr, sehr gut. Und für wen seid ihr heute hier? MHC, ist doch klar. Auf geht's, Mannheim, auf geht's! Auf geht's, Mannheim, auf geht's! Auf geht's, Mannheim, auf geht's! Auf geht's, Mannheim! Auf geht's, Mannheim, auf geht's! Auf geht's, Mannheim, auf geht's! Auf geht's, Mannheim! 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 Vielen Dank.